Einen wunderschönen guten Abend meine lieben Freunde und willkommen zum nächsten Part von The Nightfall. Jawohl. Leute, Leute, Leute. Noch zwei Stunden stehen vor der Tür, bis wir es endlich geschafft haben. Im letzten Part war ja unser Nachbar zu Besuch, also der Nachbar, der uns ja dann doch irgendwie nicht helfen wollte. Und ich bin echt gespannt, was jetzt noch die nächsten zwei Stunden hier passieren wird. Ich hoffe einfach nur, dass es nicht noch schlimmer wird. Aber ich denke, das, was bis jetzt passiert ist, kann an Schrecken für mich jetzt erstmal vielleicht nicht getoppt werden. Klar, andere Games können das vielleicht, aber ich glaube, die Spitze sollte jetzt hoffentlich langsam mal erreicht sein. Und ich hoffe, genau, dass wir das relativ schnell über die Brücke, über die Bühne bringen. Genau, über die Bühne, nicht über die Brücke. Über die Bühne bringen. Gut, ich sehe gerade, wir haben leider absolut keine Batterien mehr und auch keine Kerzen mehr. Das heißt, wir müssen uns erstmal jetzt ein wenig auf die Suche begeben danach und hoffen, dass unterwegs nichts allzu Schlimmes passiert. Scheiße. Ich gucke mir echt erstmal hier alles an, damit wir das mal abgeklärt haben. Aber ich bin noch im Überlegen jetzt, ob ich vielleicht, ja, das ist vielleicht doch ein bisschen viel. Ich hatte überlegt, dass ich nicht vielleicht sogar jetzt die letzten Parts alles an einem Stück mache. So eine Art Special zum Schluss. Aber da gucke ich jetzt erstmal, wie lang das geht. Ansonsten werden es vielleicht noch so zwei Parts oder so. Mal gucken, je nachdem. Ich will ja auch nicht einfach hier so durchrushen, ne? Okay. Ja, scheiße, Mann. Hm. Ja. Das ist so ziemlich das Einzige, was wir wirklich immer haben. Ein bisschen Licht können wir ja machen. Wo wollen wir gucken? Den mache ich sicher nicht. Wieso liegt denn das Teil hier unten? Oh! Okay. Was hat das jetzt zu bedeuten? Scheiße. Ah, unsere Batterien sind leer. Finde ich jetzt gar nicht gut. Komm schon. Das war wie mein Handy. Tut mir leid. Scheiße, was hat denn das Teil? Was ist denn das für... Ich höre fliegen. Wieso höre ich fliegen? Komm schon, Batterien. Hier ist auch nichts. Mann. Brief noch irgendwie? Auch nicht? Nee, nicht wirklich. Okay. Warte, ich gucke jetzt erstmal noch... Das kommt von oben, glaube ich, oder? Kerzen, Batterien. Mann. Haben die das mit Absicht gemacht, dass man das jetzt immer schwerer findet? Ich meine, Streichhölzer habe ich ja auch bis zum Umfallen. Scheiße. Oh, shit. Von wo kommen denn die ganzen Fliegen hier? Gibt es hier eine Leiche oder irgend so was? Die Spülung geht einfach... Warte mal. Ja, ich habe es gewusst. Oh, das habe ich wirklich weggeguckt. Ich habe es mir schon gedacht. Oh, eine Kerze gefunden wenigstens. Oh, der hat sich jetzt viel mehr bewegt wie sonst. Ja, ja, was da passiert, ist klar. Den benutzen wir erst gar nicht. Also, ich glaube, die... Oh, da liegt der nächste Brief da hinten. Lass uns mal gucken. Meine Hände zittern immer noch. Manchmal stelle ich mir vor, wie Mike und Valerie in den Raum gelaufen kommen. Es sei nichts gewesen. Ständig höre ich die Geräusche im Haus. Klopfen, knarzen. Vielleicht sind es kamerlos. Ich weiß, es ist nur Einbildung, aber manchmal habe ich das Gefühl, sie wären noch hier. Manchmal weiß ich nicht, ob ich noch weiterleben kann. Aber ich muss. Noch bin ich nicht allein. Also, das war ein Tagebucheintrag von der gewesen. Ey, ich glaube, die machen das extra. Immer weniger Batterien und Zigaretten, sage ich schon. Streichhölzer, ne, Streichhölzer habe ich genug, aber immer weniger Batterien und Kerzen. Also, Batterien brauche ich auf jeden Fall. Hier. Oh, Batterien, geil. Guck, Streichhölzer hat es überall. Oh, die Musik manchmal, unglaublich. Komm, wir zünden mal hier eine an. Da hängt noch eine sowieso drin. Komm, schon Batterien. Noch mehr Streichhölzer. Oh, mein Gott. Merkt, es geht langsam auf den Höhepunkt zu. Die Sachen werden hier langsam richtig lebendig. Den kennen wir schon, gell? Ja. Da brennt. Ah, das Licht haben wir hier angezündet. Ich dachte schon, wir hätten das Licht da angezündet. Ähm. Gut. Sollen wir mal gucken, wo der nächste Brief ist. Ah, da ist auch eine Kerze drin. Da können wir sicher die Kerzen mal anzünden, wenn die noch drin sind. So. Jetzt haben wir es auch schon Viertel nach. Oh, Jan, sehe ich jetzt auch fliegen? Den kennen wir, den kennen wir auch, den Brief. Ja, ist das eklig. Hat es hier noch irgendwas? Nicht wirklich. Scheiße, die Batterien gehen leer. Oh, nicht schon wieder. Hat es hier vielleicht noch... Nee. Natürlich kommen wir halt auch nicht raus. In der Küche auch. Ich hatte einen Herzschlag. Die zwei Briefe kennen wir. Den da oben auch. Shit. Ich hatte es auch fliegen. Mann, wie soll ich denn ohne Batterien den letzten Brief finden? Das ist halt echt dunkel. Bei mir ist es noch mal ein bisschen dunkler als bei euch. War das die kleine Puppe hier, gell? Ach, komm schon. Den kennen wir, gell? Ja, den kennen wir. Den auch. Komm schon, wo ist der nächste Brief? Den kennen wir auch. Den kennen wir auch. Äh, die sind ja fast im ganzen Haus jetzt bald. Hier ist keiner. Da? Hm. Oben? Jetzt ist das hier im Zimmer. Ei. Aber ein Brief ist hier nirgends, gell? Das ist so ziemlich das Einzige, was sich... Einzigste, was sich verändert. Das war ja vorher hier. Ich dachte, dass hier jetzt vielleicht... Ich dachte, dass der jetzt hier vielleicht irgendwo ein Brief liegt. Aber dem ist nicht so. Den an der Tür kennen wir auch schon. Ne. Hier vielleicht? Oh, da ist ja auf jeden Fall die Puppe wieder. Die sich gut und gerne immer mal wieder bewegt. Also, man merkt, die Sachen häufen sich. Aber zum Glück diese scheiß Hexe... Also Hexe. Diese, ähm... Dieser Geist, der vor der Tür stammt. Zum Glück das nicht mehr. Den kennen wir. Den kennen wir. Den da hinten kennen wir auch. Ich würde, wenn ich jetzt den hochmache, dass der dann da steht. Deswegen lassen wir das. Also hier oben haben wir jetzt sicher alles abgeguckt. Dann gehen wir jetzt nochmal unten. Ich habe irgendwas gehört. Scheiße. 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 Keine Batterien. Keine Batterien. Wieso kommt eigentlich nur hier in der Küche der Herzschlag so zur Geltung? Bleibt eigentlich nur noch die Garage, gell? Wenn hier auch nichts ist. Müssen wir mal da gucken. Hier ist aber auch nicht wirklich was. Nee. Jetzt haben sie aber gleich halb. Jetzt muss aber irgendwo was passieren. Den kennen wir. Den kennen wir auch, den Brief. Vor allem, die sollen aufhörmlich die ganze Zeit hier im Dunkeln rumlaufen zu lassen. Die sollen mir lieber noch ein paar Batterien und ein paar Kerzen... Oh, da ist das Teil. Also die Musik ist so ziemlich das Schlimmste, finde ich hier, wenn die so schreckhaft kommt. Hat das Telefon wieder gerade geklingelt? Nee. Jetzt haben wir... Ach, die ist halt hier unten. Aber sonst ist sie immer oben rumgewandert, glaube ich. Hier unten stand die noch nie groß. Hier ist nichts. Hat die sich gedreht? Hier sind auch nur die zwei. Das ist einer, den wir kennen. An der Tür den und der da. Hier sind keine Briefe mehr. Garantiert nicht. Oh, das regt mich auf, dieses Fliegengeräusch. Hier auch nicht. Du hast auch keinen Brief, gell? Den kennen wir. Das bedeutet doch, fast oben muss was sein. Also schauen wir nochmal im Musikzimmer nach. Auch nicht wirklich, gell? Nee. Aber es ist schon halb, ne? Ja, halb fünf. Den kennen wir auch schon. Im Schlafzimmer ist auch nichts wirklich mehr. Da sind die drei, die wir kennen, ja. Aber mehr sind das halt auch nicht. Es bleiben nur noch zwei Zimmer. Hier im Flur hängt aber auch keiner an der Wand, oder? Nee. Hier vielleicht? Das Ding ist auch nicht mehr da. Das liegt jetzt irgendwo anders. Das, was so dumme Geräusche gemacht hat, das wird jetzt in irgendein anderem Raum liegen. Hier liegt es auch nicht. Aber ein Brief ist hier auch nicht. Okay. Den kennen wir. Ja, super. Toll. Kann ich jetzt wissens nochmal in die Garage gehen? Hier ist auch keiner im Flur. Ich sehe zumindest keinen. Ja. Ohne Licht ist natürlich so allgemein scheiße. Gucken wir jetzt nochmal in der Garage. Müssen wir diesem Ding folgen, oder was? Nee, das ist nur eine Zeitung. Oh, nee. Nee, das ist nur Papier. So, meine lieben Freunde. Es tut mir mega leid. Ich muss leider das Video ein wenig schneiden, weil ich hier fast 20 Minuten im Haus rumgelaufen bin. Und ich weiß zum Glück endlich, wo der nächste Brief ist. Und ich glaube, das hätte er echt ewig noch gelaufen, bis ich den mal gefunden hätte. Und der befindet sich hier im Kühlschrank. Das ist das erste Mal, dass so ein scheiß Brief in einer Schublade oder in einem Schrank drin war. Deswegen bin ich halt auch nicht drauf gekommen. Schauen wir mal, wo was drin steht. So, wir haben es endlich geschafft. Es ist halb fünf am Morgen, das heißt noch anderthalb Stunden, Leute. Und ich glaube, ich mache sogar noch ein... Also, ich probiere es nochmal weiterzumachen. Vielleicht schaffe ich es ja in den nächsten fünf bis zehn Minuten, den nächsten Brief noch zu finden. Genau, ich habe ja das Video sowieso geschnitten. Dadurch kommt das ja ein bisschen kürzer jetzt. Also, der Part war halt natürlich jetzt mega unangenehm. Ey, die ganze Zeit diese Fliegen und mit den Kopfhörern, das ist noch ein bisschen schlimmer. Das würde die ganze Zeit um meinen Kopf rumfliegen. Wir brauchen als allererstes jetzt endlich mal wieder Batterien für unsere Taschenlampe. Also, Leute, es kann ja nicht sein, dass ich, ähm... Dass ich hier die ganze Zeit im Dunkeln rumlaufe. Streichhölzer sind gut hin oder her, aber ich brauche Kerzen und am besten brauche ich aber Batterien, weil ich keinen Bock habe. Ich habe schon zehn Streichhölzer. Genau, deswegen halt, ne? Ich habe keinen Bock, hier alles im Dunkeln zu machen. Nein. Nein. Wir haben schon wieder so ein Pech. Stimmt's? Nein. 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 Ach, Mann. Gib mir doch mal ein paar Batterien. Das kann es doch nicht sein. Ey. Ist nicht wahr. Sind hier drin welche? Nö. Hier hinten liegen auch keine. Toll. Super. Gucken wir im Wohnzimmer, ob ich da welche finde. Auch nicht. Auch nicht. Nein. Nein. Was? Was war das? Ne, ist nur so eine Kiste gewesen. Leute, 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 Leute. Komm schon, Batterien. Gib mir doch mal Batterien. Toll. Wenn ich jetzt ein paar finde, dann ist das sowieso innerhalb von ein, zwei Minuten wieder leer. Ich finde, da hätten sie ruhig mal machen können, dass die ein bisschen länger hält, die Taschenlampe. Oder das ist keine Ahnung. Man pro Part einfach ein, pro halbe Stunde einfach ein, ein Pack Batterien braucht und das die ganze Zeit hier auf Batterien suche geht. Ist mir klar, dass die das wahrscheinlich gemacht haben. Oh, hier. Damit, ähm, man ein bisschen Zeit totschließt, damit, dass man zwischen den kommenden Aktionen ein bisschen abwarten muss. Aber, das ist natürlich schon, ich bin ja nur auf Batterien suche hier fast. Gut. Keller können wir jetzt noch gucken. Also in der Garage. Ey, ich bin so froh, dass es hier keinen Keller gibt. Hier können wir auch noch gucken. Hier ist wieder dieses Scheißteil. Das verfolgt mich jetzt recht. Ja. Ich, ich denke die ganze Zeit, es passiert was bei dieser Musik, wenn es so immer lauter wird. Seht ihr? Die Batterien sind jetzt schon leer, bevor. Ich habe schon zehn Streichhölzer. Bevor ich überhaupt, ähm. Ja. Die sind einfach, ist einfach leer. Ich weiß noch mal, ob wir das erste Mal hier in den Keller rein konnten. Also in die Garage. Der war hier voll mit Batterien und, und, und Kerzen und allem. Und jetzt? Jetzt laufe ich hier im Dunkeln. Mann, das kann es doch nicht sein. Hm. Wir müssen nach oben, ne? Na, da steht wieder die Puppe. Ist aber langsam auch nichts Neues, wenn es die da steht. Wir haben Jerry hier vielleicht. Zeig mal her. Batterien. Ne. Wieder nur Streichhölzer. Die machen das doch extra. Lustig, dass die Gegenstände jetzt aber nicht mehr so abgehen wie am Anfang. Wie im Part vorher. Also nicht im Part, einfach in der letzten halben Stunde. Und ich sollte nebenbei mal ein bisschen ausschalten, als ob wir irgendwelche Briefe wieder umlegen. Nicht, dass ich da was verpasse. Ich glaube, die Puppe tritt sich immer dahin, wo wir sind. Müsst mal gucken. Und im Musikzimmer lag noch ein Nebenbrief. Das ist aber auch ein bisschen besonders. Nein. Nein. Och Mann. Guck, die dreht immer dahin, wo wir sind. Scheiße, ich habe wieder einen Absen gemacht. Das habe ich schon länger nicht mal gehört. Den kennen wir. Toll, Batterien sind wieder leer. Seht ihr, die sind ja leer, bevor wir sie aufbrauchen können. Hier ist auch keiner. Soll sie die Batterien aus dem Vibrator rausnehmen, mein Gott. Das bedeutet, wir können wieder hier im Dunkeln rumlaufen. Könnte noch welche sein. Könnte noch welche sein. Hm. Ja, jetzt fangen die Dinger wieder an, doch. Ach, Leute, 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 Leute. Ich kann mich nicht bewegen. Was geht denn jetzt ab? Was? Aua. Was ist das? Hä? Ich schwöre, die hat doch was geraucht. Ich schwöre, die hat doch was geraucht. Ja, scheiße. Garage vielleicht? Auch nichts. Ich stehe nur wieder die Puppe. Aber die folgt einem ja so oder so. Ich kann sehen, man sieht ja gar nichts. Ich glaube, das haben die extra gemacht, dass man gegen Schluss keine Batterien mehr hat und alles im Dunkeln spielen muss. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir es schon langsam Viertel vor. Fünf. Die Bahn kam aus dem Kinderzimmer. Dann gehen wir mal Dart gucken. Da steht wieder random. Der scheiß Affa hat geklatscht wieder mit diesen Schellen da. Hat er sich bewegt? Nee, oder? Nee, nee. Oh, jetzt kommt das schon wieder. Ja. Ist der Eiswagen wieder da hinten? Ich sehe keinen. Scheiße. Keine Ahnung, von wo das kommt. Hm. 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 Das kommt irgendwie was aus dem Garten hier hinten. Ich brauche jetzt noch den letzten Brief irgendwo her. Hier ist der auch nicht. Hä? Irgendwo muss der doch sein. Doch, der steht da unten. Scheiße. Was sagt die Zeit? Zehn vor. Ja, ist schon noch ein bisschen. Das war jetzt bald in jedem Raum gewesen, das Teil, ne? Die Kühlschrank ist wieder nur der Zehn, ja. Hier sind nur die zwei Briefe. Und hier kommt, ne, ist nichts zusammen. Hm. Wahrscheinlich nur, wenn man die Toilettenspülung hört. Hier liegt auch nirgends einer. Okay. Wo könnte dann der letzte liegen? Jetzt bin ich echt am überlegen. Weil die Schubladen habe ich jetzt trotzdem aber auch alle ziemlich aufgemacht. Weil ich ja die Batterien am Anfang gesucht habe. Oh, da ist er. Unter besonderen Umständen ist es möglich, dass der Hass und Wille eines besonders bösartigen Menschen dazu führt, dass sein Geist diese Welt nicht verlassen kann. Stattdessen sucht er jene Menschen heim, die er für seinen Tod verantwortlich macht. Ist es etwa dieses Arschloch? Sucht er uns in diesem Haus heim, weil er überführt werden könnte? Kann in Gegenstände fahren und als Poltergeist Unheil anrichten? Möglich ist auch die Beherrschung von Menschen, als auch die spirituelle Geiselnahme anderer Geister. Und andere Geister, etwa meine Kinder, sind sie noch hier. Lässt er sie nicht los, weil sie ihn indirekt ins Gefängnis gebracht haben? Arme Seelen unter Gefangenschaft können befreit werden, indem ein besonders wichtiger Gegenstand aus Lebzeiten verbrannt wird. Es löst den letzten Faden zu dieser Welt. Und somit auch die Verbindung zum Poltergeist. Oh, okay Leute. Yes. Wir sind wieder ein Stück weiter. Und ja, wir haben wieder einiges erfahren. Also anscheinend ist das wirklich ein Geist. Und dieses Schemen, was wir an der Tür gesehen haben, das sind vielleicht sogar wirklich ihre Kinder gewesen. Also eines ihrer Kinder. Und um den Geist jetzt zu befreien, müssen wir anscheinend jetzt in den nächsten Teilen dann irgendwas von dem verbrennen oder so. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat der Teil gefallen. Vergesst nicht, das Video positiv zu bewerten. Und ja, lasst einen Daumen da oder so. Keine Ahnung, freue ich mich immer wieder. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, habt einen schönen Abend. Danke fürs Einschalten. Haltet die Ohren steif. Euer Nia und ciao. Haltet die Ohren steif.